Glauben Sie, all diese Aufgeregtheit, die es da jetzt gibt seit dem Putsch, in Wirklichkeit auch schon die letzten Jahre, ist das nur ein Zeitphänomen oder wird das bleiben? Oder wird das wieder zurückgehen und werden sich die Beziehungen wieder normalisieren? Das kann ich nur hoffen. Ich glaube, es hat auch sehr, sehr viel mit dem Wahlausgang jetzt im Dezember zu tun. Wenn wir hier einen Rechtspopulisten als Bundespräsidentin haben, wobei eben der Begriff Rechtspopulist sehr beschönigend ist, finde ich. Denn wir haben, also ich meine damals die SPÖ und so weiter, was sie sich über Äußerungen von Haider vor 20 Jahren aufgeregt hat, inzwischen ist das teilweise ihr tägliches Mundwerk. Und was sich hier in Österreich für eine Entwicklung abgezeichnet hat und diese Entwicklung weitergeht, werden wir nicht nur in den Beziehungen zur Türkei massive Probleme haben, sondern Österreich wird sich auch innerhalb Europas abspalten.